sorry geht es aber los hier hallo hier geht es aber ab jetzt mal so macht es kommen gleich die nächsten jetzt schauen wir mal schnell ob man da irgendwie muss sich das kann man da noch irgendwas einsammeln ich bin schon wieder da haben wir den vorletzten abgeballert und wir müssen da unten durchs tor durch wir müssen da links durch oder grüße alle ganz herzlich den sonner felix den markus und den roland und ich darf aus datenschutzgründen nicht sagen wer aber ein arbeitskollege von mir hat sich schwer verletzt und dem wünsche ich alles 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 gute wirklich ehrlich und ich wünsche auch allen anderen alles und jetzt schauen wir hier links rechts noch mal schnell ein bisschen rum geht es denn da wieder ach so nee da sind wir her gekömmt wir müssen dadurch so durch wahrscheinlich oder da waren wir schon mal da hätten wir den unteren gleich ja das hätten wir vorher wissen sollen und da hinten ist nichts oder da war der kettensägenkollege müssen dadurch und da ist nichts mehr ne da waren wir schon da ist auch was kommt ja und sonst habe ich spiel auf ich spieler vielleicht aber ehrlich und da muss ich natürlich alles einsammeln ein schlüssel ach das ist der schlüssel dem abgeschossen haben da war irgendwo eine statue oben und die habe ich abgeschossen und da war der schlüssel drin gut dass ich den noch alter schwede ha 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 gut dass ich die noch mitgenommen habe weil ich spieler fällig ehrlich aber vielleicht aber da muss ich muss dann alles habt ihr das geschafft geht es weiter durch das tor ich habe rechts spaßesalber eine lösung offen der hinten war jetzt war so wacht nahkampf und was habe ich für eine pistole die da jetzt müssen wir schauen ah da raschelt schon wieder da rasch ist ja schön der aufzug steckt oben fest sucht wir eine andere die nach oben ah hier ist ein spiegel irgendwo ist ein spiegel weil ich müsste mal wieder aufs klo hätte ich beinahe gesagt ich müsste mal wieder speichern ähm Alter jetzt warte da ist hier was also hat ihn blockiert hä da ist ein spiegel mause ähm warte was sagen die lösung fahrstuhl da muss da ist was kartenfragment steht da jetzt warte äh warte da ist irgendwo ein karten kartenfragment 11 k 11 genau komm her und da ist ein spiegel da gehen wir jetzt aber rein aber hallo da gehen wir jetzt aber hallo 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 und da ist der ding da grünes gel tagebuchdokument und ein spiegel ah entschuldige jetzt habe ich es nicht gelegt nicht dass der jetzt auch wieder kaputt geht weil dann fahre ich das kotzen an äh warte so jetzt aber komm her äh komm her alter äh so mhm 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 tschuldigung hier gibt es nix äh kartenfragment geht automatisch rein glaube ich irgendwie oder dann haben wir ein schlülülüssel schlülülüssel zwei wenn es grün ist kann man es nehmen jetzt warte eine spritze und da ich mach das einfach der Reihe nach komm scheiß drauf entschuldige kann ich sonst noch was nehmen voll äh null schlüssel jetzt warte jetzt gehen wir gehen wir gehen wir gehen wir jetzt gehe ich aber warte da ist nix mehr ne da war noch nie was jetzt gehen wir zur Kollegin ähm dann gehen wir dann müssen wir da wieder schauen ob da was ist das kommt hier ist das immer selbe oder oder ist das immer ein anderes so jetzt müssen wir die fähigkeiten auftonnern und gucken ob da oh da ist nix dann gehen wir jetzt da rein alter so äh oh das kostet aber viel Geld sprintdauer komm her die machen komm her äh nachkommschaden spritzenwirkung waffen schanzen feuerrate nachladegeschwindigkeit maximum magazin oh haben wir nicht scheiben gleister was können wir denn noch machen hier gar nichts schaufelzen erhöhte menge da kommt es nimmer jetzt können wir nix mehr machen hier alter schwede ne ähm jetzt tüten wir speichern zum rein zum spaß da drüben kann man nix mehr machen oder spaßeshalber noch was abgreifen wahrscheinlich nicht oder na gut ähm ne gut also dann tuten wir noch speichern alter ich hab keine speicherplätze mehr dann nehmen wir da mal am anfang ein oder äh nehmen wir irgendwo da nehmen wir irgendwo da mal ein oder so annehmen darf ich mal annehmen dass ich das annehme und jetzt alter ich kenn mich nicht mehr äh wurscht jetzt gehen wir in den spiegel gut machen wir noch zwei drei meter und schauen wir mal was what happens now da kann ich nix nehmen und da geht es wieder raus und das haben wir und ähm jetzt müssen wir den anzünden und das haben wir auch oder so und jetzt das kann man nix nehmen und jetzt gehen wir da rein alter ähm jetzt mit dem fahrstuhl geht es nach oben toll der wäre jetzt von selber gar nicht drauf gekommen hier ähm uh mh so was äh äh ich lese gerade schnell oh weia jetzt warte oh wei jetzt war ich gleich ich brauch gleich das Scharfschützengewehr ähm lese ich da gerade ich muss äh das Scharfschützengewehr nehmen gleich und jetzt alter schnede oh weia oh weia oh weia oh weia denkst du Kidman geht's gut? mhm mir gefällt nicht, dass sie sie als Köder benutzt haben als würde jemand mit uns spielen ähm huch was machen warte, da hängt einer muss ich das halt durch ist nicht mehr weit das irgendwie warte ähm den kann man kann man den abschießen? oder muss man den abschießen? muss man das machen? da hinten noch einer oh ich bin leicht verdödelt so und jetzt ich geh einfach mal weiter oder? ich geh einfach mal weiter oder? nicht spät haben wir sie oh weia naja ein paar meter können wir noch machen ein bisschen gucken aha jetzt sind wir da oben und jetzt äh oh weia oh weia ich kann nicht schnell gehen hier oh weia das heißt es wird gleich was schlimm ist jetzt warte passieren hm hm ich muss irgendwas abschießen mit dem Scharfschützengewehr oh ne oh ne alter und zwar jetzt warte die schaffen wir und zwar gute Idee ähm oh weia alter und jetzt ähm ich sag' Kontrollpunkt haha ich sag' Kontrollpunkt oh weia die wollen ihn jetzt exekutieren und ich muss ihn abschießen oder den oder keine Ahnung Josef Josef jetzt warte Kontrollpunkt Warte wo 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 ist denn der ich komm nicht drüber wo ist da ist die Ding und ich muss jetzt warte den 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 muss den den oder den ah da ist noch einer oder wie alter das war schon ich muss beide abschießen aha ich muss beide abschießen äh ich muss beide ziemlich schnell aber nicht meinen Kollegen abschießen ah wo ist er wo ist er denn ach komm das war wieder zu spät äh komm mach hin also nicht zu men das war wieder zu spät ähm kann man die nicht gleich abschießen jetzt warte ah bitte nee was jetzt äh 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 kann man sagen alles klar alter und jetzt mir geht's gut keine Sorge muss ich da hin oder nee was ist hier kaputt aber jetzt 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 haben wir's oder wie and now ach jetzt warte äh alter das ist aber wieder schick hier warte gut machen wir noch zwei Meter oder und jetzt du hättest sie einfach lassen sollen dann ist sie oh Hilfe Hilfe es ist nur eine Frage der Zeit tschuldige äh ja es ist besser so uiuiui Video das ist der Video was soll der Scheiß mhm gut ähm soll ich jetzt Pause machen anscheinend ist das Kapitel gleich zu Ende jetzt warte ähm oh nee Kontrollpunkt nee dann machen wir aus und hier läuten gerade die Glocken machen wir gut machen wir noch ein letztes Video weil das äh gut nur Spaß ist es aber warte wie spät ähm alter achso warte ich muss erst ausschalten ich schalte aus und wieder ein tschüss bis gleich